Das habe ich wirklich ausgemacht. Ah leckere japanische Möbeln. Und tschüss. Ich bin von der Klüfte. Ich bin da eingeflogen. Ich bin da eingeflogen. Ich bin da eingeflogen. Ich bin da eingeflogen. Na? Der Flieger. Na? Ja, Lukas! Okay, Alex. Der Flieger, der Flieger da. Der Flieger, der Flieger da. Rätet so schnell. Der Flieger. Rätet so schnell durch deinen Flieger. Ich mit ihm. Es sind insgesamt 5 Leute gleich 6. Der war typisch so low HP. Fucking die. She's die. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Man kann respawn mehr. Ja, man kann nichts mehr. Gegen den kannst du nichts mehr. Da wird noch ein Wolf dran und so ein Züge öffnen. Was ist denn? Ich hab noch was verändert. Ja, ich bin bei der Kante gestanden und hat gesagt, wird's neu. Los Krieger! Wir sind Nudelsuppen. Angriff. Was? Der Flieger. Der Flieger. Der Flieger. Ja! Der Flieger. Yes! Ich bin nur seit auch herrschst Smash zu spielen. Geil wieder. Nein, nein. Ich bin Fortnite. Nein, nein. Ich bin nicht Fortnite, Alex. Äh, ja. Schau, du bist ja so für Smash süchtig. Das alles verwechselst alles. Geil weg. Du den Sack. Hau's weg. Ich sag's auch. Ich bin schon ein Schley angefallen. Tschüssi. Ja, aber wir haben wir gesagt auch, dass du die ganze Zeit ein scheiß Spiel spielst, Alex. Warum das? Weil du süchtig vorne bist. Wir haben's auch einmal in den letzten drei Monaten gespielt. Also, Heinz. Aber weißt, wenn du mich unruhst und die Mitten in eine Runde bringen, was sollen in dir? Was, was sollst du denn? Weghauden! Aus dem Fenster! Die ganze Linie. Alles. Dein ganzen, alles, Alex. Geil. Tschau. Tschau. It's puttan, Alex. Ich schlug dich. Ich bin schon drinnen, Lukas. Ja, du bist schon drinnen. Ich bin online. Du bist nicht drinnen. Ja, ich bin im Logoscreen. Schau. Ja, ich bin im Logoscreen. Ja, ja, ja. Schau. Du bist nicht einmal drinnen. Nein, bin ich nicht. Ja, also. Mal lassen wir's. Okay, lassen wir's für Heinz. Okay. Ja, okay. Wir fahren jetzt noch 400. Nein, nein, nein. Lassen wir's für Heinz. Was ist denn? Pika. Du magst gleich gehen, ich spiel das jetzt allein. Du spielst jetzt nicht smashed, ja gar nicht. Nein, nein, nein. Ich spiel jetzt nicht smashed. Wieso bin ich schon wieder Level 5 mit dem Typ? Ja, Lukas. Ich glaube mit deinem werde ich besser spielen als mit dem, was ich jetzt fand. Ich warte gleich bis... Warte, warte gleich. Jetzt mach ich Smashes. Okay. Tja, keine, Alex. Du bist so süchtig. Lass es einfach. Ich spiel's schon wieder. Okay, das ist mein normales Control für... Jaja. Schau, das ist ein Unterschied in Taschen. Als Haus aus dem Fenster. Ja. Hast du das? Das ist der Smash-Controller? Das ist ein normaler Tasten. Ja, ja. Heißer ist ja ausreden. Wahrscheinlich hast du es umgetauscht. Ja, ja. Ich bin X-Controller. Ich spiele Wii U. Ja, X-Controller. Schau. Du sagst mir Sachen falsch, Alex. Du bist so süchtig. Du mal auswählen deinen Huren-Sonder. Jetzt bist du sicher schon wieder Smash. Deswegen kannst du es nicht auswählen. Schau, ich hör's ja! Dir gar nicht, Alex. Ich spiele leise. Nein, nein. Schau, ich schau schon wieder. Dir gar nicht. Du bist schlimmer. Du bist schlimmer. Du bist schlimmer wie an meinem Vater, dir. Weißt du, was du sagst? Was denn? Ja, aber das stimmt halt, Alex. Schatz. Heut von Yo-Yo die Mutter. Was ist denn das? Heut die Mutter von Yo-Yo. Hä? Ich hab grad gedacht, es war net falsch. Ich hab grad gedacht, es war so 100. Zieh richtig. Aber es war ja auch richtig, oder? Die Mutter. Die Yo-Yo von Mutter. So, okay. Alex, spielst du allem das, meinst? Ja. Also, das ist cool. Nein, nein, warte. Jetzt den effektiv zur Seite legen. Und jetzt warte. und zupf. Eine Partie, dann noch. Ganz schnell. Ganz schnell. Leute, weiter, weiter. Und. Oh, ich bin süchtig! Jetzt heißt es. Tumf. Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, aber auch nur ein Bein des Masch. Danf Badburg. Alex was ja in der Leukammelt vorbekennt. Guess, you'll find Alex. Lukas, aber ich will auch immer schauen, was von Vorhaben und zu meist zugleich spielen muss ich spielen, Kot. Mensch. Das ist einfach nur schwachig, Yuppie. Alter, wahl. Ich will Gott ihm auf dich in die Beißen, gell? Sagst du? Bleib hinken, wegen dem, was ich gesagt habe. Ja. Das war ja fast mein Gebiss ausgeflogen. Ich probier das jetzt wirklich. Na. Mein Kopf ist weg. Ich hab doch bei dir rein in der Luft gebläbt. Nein. Bei mir ist der Kopf in der Luft gewesen. Seidst du nicht wie Grotor? Nein, ich hab dich eingesetzt. Nein, nein, nein. Nein, nein, mit mir nicht, Alex. Ich hab mich nicht. Wenn das Spiel nicht funktioniert, was sagst du so behindert? Entschuldigung. Wenn das Spiel nicht funktioniert, dann kann ich nicht besiegen. Das finde ich. Ja, ja, ich hab gleich noch mehr eine. Was denn, wenn du so behindert bist, kann ich heissen. Das nächste ist Kaffee von meiner Mutter. Ja, ich fett nicht mehr bauen, oder? Ja, ich fett nicht mehr bauen, oder? Lukas. Hm? Sie haben das selbe ist gerade ausverkauft. Schon. Halt's im Auge. Jetzt hau ich die in die Hölle. Oder wie die Boz ist, sag. Die Burgataria. Ich hab immer gesagt, ich hab jetzt nicht mehr eingefahren. Aber so Kaisau ist der erste Punkt vom ganzen Universum. Weil mein Haus steht unter so einem riesigen Lavabett. Weißt du? Ja, ja, ja. Die Welt ist so, weißt du? Die Costa de la Magma. Dann ist die Burgataria. Ja, genau. Und die Burgataria hat genau unter meinem Haus eine volle Erhöhung. Okay. Deshalb schwitzt du in meinem Haus wie eine Sauna. Tipp aus meiner Klimaanlage, dann kommen wir noch ein paar Eiswürfel raus. Weißt du? Und sie schmilzt. Und sie schmilzt. Und sie schmilzt direkt. Dann kommen wir auf so Gletscher raus. Da kann so ein Jedi mal so hingeflogen. Ja, was jedeses gibt. Dann wissen wir ihn jetzt nicht verstanden. Jedes gibt es nicht, Alex. Ja. Ja. Det waren nicht mehr so vier erholt und ge hij unter anderem ein paar F raschar Samantha und Kuchen und nett. Bis zum nächsten Mal.